ist das wohl die klären oder was? anscheinend so, Nummer 1 Nummer 2 Nummer 3 ha ja ist doch schon ziemlich steil und diese rods sehen tricky aus dort im Nossen ja stimmt weiß ich keinen bock auf nass runterbremsen da hoch und ok reicht der speed? jo ok reicht nicht oh Gott das geht eigentlich okay 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 okay